Kuxhafen Kuxhafen liegt an der Elbemündung in Niedersachsen. Die Spitze markiert die Kugelbarke. Westlich davon liegen die Kurgebiete Döse, Dunen und Saalenburg, östlich davon das Stadtzentrum mit Fährhafen, Fischereihafen, Verpackungsindustrie, Fischkonservin, zum Beispiel Hussmann und Hahn. Mit etwa 48.000 Einwohnern ist Kuxhafen keine sonderlich große Stadt, mit drei Millionen Übernachtungen jährlich ist sie jedoch eines der größten Nordsee-Heilbäder Deutschlands. Hintergrund Bis heute bewegt sich die Stadtentwicklung im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Hafengewerbe und Industrieansiedlung. Die Diskussion um den Tiefwasserhafen zum Beispiel ist unvergessen. Die Entwicklung im Tourismus hat sich aber als beständiger erwiesen. Als neuer Wirtschaftszweig ist die Produktion von Komponenten für Offshore-Windkraftanlagen hinzugekommen. Die Landgemeinde Kuxhafen entstand 1872 aus dem Flecken Ritzebüttel und der Hafensiedlung Kuxhafen. 1905 wurde Döse eingemeindet, und Kuxhafen wurde am 15. März 1907 zur Stadt. In den Jahren 1935 und 1970 bis 1972 wurden mehrere der Umlandgemeinden eingemeindet. Bis 1937 gehörte Kuxhafen zu Hamburg. Bei der Neugliederung wurde die Stadt als Austausch für zwei in der Nähe der Hansestadt gelegene Städte an Preußen abgetreten. Von 1945 bis 1964 wurden in der Nähe von Kuxhafen zahlreiche Raketen gestartet. Als einzige Spuren zeugen hiervon noch eine Bodenmulde entlang des Waldweges zwischen Arendsch und Saalenburg und einige Bunker-Resti in der Nähe. Kuxhafen ist eine überwiegend ruhige Stadt. Falls man nach großen Aktivitäten und Partys strebt, ist die Stadt eher ein ungeeignetes Reiseziel. Nachbarorte sind Westlich, Nordholz in der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit Anteil an der Nordseeküste, Standort des Flugplatzes Nordholz-Kuxhafen und direkter Bahnverbindung, und dessen Ortsteil Spieker-Neufeld mit kleinem Kutterhafen. Südlich, die Dörferwanner, Nordleder, Neunkirchen, Hadeln. Östlich, Otterndorf an der Unterelbe, historische Fachwerk Altstadt, mit direkter Bahnverbindung. Außerdem stößt Kuxhafen an das hamburgische Gebiet Neuwerk. Die Insel ist sehr gut von unterschiedlichen Stellen aus auf unterschiedlichen Wegen erreichbar, anreise sie im Artikel Neuwerk. Ein Ausflug dorthin gehört einfach zu einem Kuxhafen-Urlaub. Stadtgliederung Kuxhafen umfasst neben der Kernstadt eine Reihe eingemeindeter Dörfer, die sich auf einer vergleichsweise großen Fläche verteilen. Die Kurorte Döse, Dunen und Saalenburg bilden, westlich etwas abseitig vom Zentrum gelegen, den Schwerpunkt des fremden Verkehrs. Zur Stadt gehören heute die Stadtteile. Einwohnerzahlenstand, 31. Dezember 2020 Quelle, E-Mail-Auskunft Stadt Kuxhafen, Fachbereich 6.1, Bauleitplanung und Stadtentwicklung vom 15. Februar 2021, Basis, Melderegister. Anreise Die meisten Menschen reisen mit dem Auto oder dem Zug an. Fährlinien existieren, haben jedoch untergeordnete Bedeutung. Mit dem Flugzeug die nächstgelegenen internationalen Flughäfen sind der, etwa 130 Kilometer, und der, etwa 100 Kilometer, wobei die Verkehrsanbindung nach Bremen über die Autobahn besser ist als nach Hamburg über die Bundesstraße. Mit der Bahn nach Kuxhafen fahren zwei Bahnlinien. Zum einen ist das der Regionalexpress der Startunterelbe von Hamburg über Burgstehude und Stade, Fahrzeit HH Kux, 1.45 Uhr. Zum anderen die Regionalbahn Bremerhaven, Kuxhafen, die von der F betrieben wird, Fahrzeit BHV Kux, 51 Minuten. Der liegt an der Strecke von Bremerhaven etwas außerhalb des Stadtgebietes und bietet sich für eine Anreise in die westlichen Stadtteile an. Der liegt an der Strecke von Hamburg etwas außerhalb des Stadtteile an. Der liegt an der Strecke von Hamburg etwas außerhalb des Stadtteile an. Mit dem Bus Der auf dem Bahnhofsvorplatz wird derzeit, 01-2021, umfangreich saniert und umgestaltet. Es entstehen eine neue Park- und Reitanlage mit acht Stellplätzen für Taxen, fünf sogenannten KISS- und Reitflächen, neun behinderten Parkflächen, zwölf Krat und 111 BKW-Stellplätzen. Der neue zentrale Omnibusbahnhof, ZOP, bietet dann Platz für sechs Linienbusse, einen Fernreisebus und einen Stadtführung-SBUs. Der Bahnhofsvorplatz erhält ein neues Aussehen. Dieser wird neu gestaltet und barrierefrei ausgebaut. Die Buslinien werden von der KVG und Marsreisen betrieben. Das Busnetz ist recht gut ausgebaut und wird durch ein Anrufsammeltaxi ergänzt. Eine Fahrt mit dem Ast muss mindestens 30 Minuten vor der Abfahrt telefonisch unter der Rufnummer angemeldet werden. In den Sommermonaten pendelt an den Wochenenden ein Radwanderbus der Firma Cuxliner zwischen Cuxhaven und Bremerhaven. Voraussichtlich ab Sommer 2021 wird ein Linienbus zum Fähranleger in Brunsbüttel verkehren. Von dort ist es dann nur noch mit der Fähre ein Katzensprung nach Cuxhaven. Auf der Straße seit den 1960er Jahren war Cuxhaven mit seiner guten Erreichbarkeit über die Autobahnen und das Strandbad für Familienurlaube aus Nordrhein-Westfalen. Das damit verbundene angestaubte Image könnte man aber inzwischen erfolgreich abschütteln. Die führt nach Osten Richtung Hamburg über Stade. Mit dem Schiff Das Fährschiff Green Ferry I, Ex-Farner Fjord, der Reederei Elb Ferry bietet auf der etwa 60-minütigen Überfahrt Platz für 212 BKW oder 150 BKW und 28 LKW und bis zu 600 Personen. Das Schiff lädt zum Verweilen mit herrlichem Ausblick über den Fluss und das grüne Marschenland zu einer Mini-Kreuzfahrt auf der stark befahrenen Elbe ein. Dadurch bietet sich die Fährverbindung auch für einen Ausflug zur Besichtigung der Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel an. Fahrplan Download PDF Das Fährschiff Green Ferry I, Ex-Farner Fjord, der Reederei Elb Ferry bietet auf der etwa 60-minütigen Überfahrt Platz für 212 BKW oder 150 BKW und 28 LKW und bis zu 600 Personen. Das Schiff lädt zum Verweilen mit herrlichem Ausblick über den Fluss und das grüne Marschenland zu einer Mini-Kreuzfahrt auf der stark befahrenen Elbe ein. Dadurch bietet sich die Fährverbindung auch für einen Ausflug zur Besichtigung der Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel an. Fahrplan Download PDF Zwischen dem Fähranleger und dem Zopp gibt es eine Busverbindung, Buslinie 1004, die in einem dem Fährfahrplan angepassten Takt verkehrt, Fahrplanlinie 1004 als PDF. Mini-Pipe-Symbol der Yachthafen Kuxhafen ist für Sportboote des Binnen- und Seeverkehrs sehr gut erreichbar. Der Yachthafen der Seglervereinigung Kuxhafen e.V. befindet sich an der Elbmündung unterhalb der Alten Liebe. Er ist permanent erreichbar, bis zu einem Tiefgang von 2,5 Metern. Des Weiteren gibt es in der Nähe des Stadtzentrums die. Die Einfahrt erfolgt durch den Alten Hafen. Die Klappbrücke öffnet auf Anfrage, UKW-Kanal 69 Schleuse Kuxhafen oder Telefon. Mit dem Fahrradrad von Wanderrouten, Nordseeküstenradweg Elberadweg, Endpunkt an der Unterelbe mit direktem Übergang in den Weserradweg, Endpunkt an der Außenweser. Mobilität der 1898 eröffnete Hauptbahnhof wurde 2016 von der Stadt Kuxhafen erworben und an die Bürgerbahnhof Kuxhafen-EG weiter veräußert. Nach umfangreichen Abriss- und Umbauarbeiten wurde das Empfangsgebäude 2018 neu eröffnet. Busse Der städtische Busverkehr ist vergleichsweise schlecht organisiert. Zentraler Abfahrtspunkt ist der Zopf vor dem Hauptbahnhof. Die oft nur stündlich getakteten Buslinien, Fahrpläne, sind teilweise schlecht auf die Fahrzeiten der Züge abgestimmt. Der Liniennetzplan, PDF, bietet eine gute Übersicht über das Angebot. Die Nummern der Stadtverkehrslinien liegen im Bereich 1001 bis 1018. Ins Umland verkehren einige Regionalbuslinien unterschiedlicher Anbieter. Liniennetz Regionalverkehr PDF Die Stadt Kuxhafen wie auch die Umlandgemeinden werden auch per Anruf-Sammeltaxis bedient, die mindestens eine halbe Stunde vor Abfahrt zu bestellen sind über die Nummer. Der Fahrpreis für das Ast der Stadt Kuxhafen beträgt 3,70 Euro. Bei diesen gewährt man Schwerbehinderten mit Wertmarke für Deutschland vollkommen unüblich u. keine kleiner als u. Freifahrt. Derartige Strecken sind beginnend mit 13 und hellep. Nummeriert Der Stadtbus ist auch geeignet, um nach der Wattwagenfahrt oder Wattwanderung Abdunnen oder Saalenburg nach Neuwerk und der Rückkehr mit der Fähre von Innenstadt zum Abstellort seines Fahrzeuges mit dem übrigen Gepäck zurückzukehren. Radwege am Hauptdeich Auf der Strecke zwischen Innenstadt und Saalenburg wird der Radwanderweg überwiegend auf der Landseite des Hauptdeiches geführt. Teilweise ist auch die Seeseite des Hauptdeiches für Radfahrer zugelassen. Die Deichkrone ist überwiegend nur für Fußgänger zugelassen. Auf der Strecke zwischen Saalenburg und der Stadt Grinsen nach Spiekerneufeld wechselt die Hauptroute mehrmals über den Hauptdeich. Dies ist möglicherweise auch der landschaftlich interessanteste Teil innerhalb des Stadtgebietes. Es ist ein Aussichtspunkt vorhanden. Sehenswürdigkeiten Minipipe-Symbol Hochkant-Pipe-Symbol Der Hamburger Leuchtturm Hafen Die Cuxhavener Fischwirtschaft kann auf eine lange Tradition zurückblicken. 1885 wurde der Fischereihafen errichtet. Cuxhaven ist neben Bremerhaven der bedeutendste Fischereistandort Deutschlands. Der größer als als Zielhafen großer Regatten wie den Toll-Schepres in 2004 oder der Daimler-Kreisler-North-Atlantic-Challenge im Jahr zuvor knüpft Cuxhaven an seine Tradition als bedeutender Überseehafen an, an die auch die inzwischen renovierten und für Veranstaltungen genutzten Hapakallen erinnern. Hier wurden früher Auswanderer abgefertigt. Erfolglos war dagegen die Bewerbung um die Austragung der Segelwettbewerbe für die Olympischen Sommerspiele 2012. Die markanten Punkte im Hafen sind der schon von Weitem sichtbare Hamburger Leuchtturm, der Hafenkontrollturm, die Hapakallen und Stäubenhöft und die Alte Liebe. Hier befindet sich auch der Sommerlegeplatz des Museumsfeuerschiff Elbe 1 Bürgermeister aus Wald. Insbesondere beim Betrachten der dicht vorbeiziehenden Schiffe kommt man an der alten Liebe leicht ins Träumen, zu gerne würde so mancher als Passagier einer Frachtschiffreise an Bord gehen. Kirchen Cuxhaven hat verhältnismäßig viele Kirchen, überwiegend evangelisch-lutherische Gemeinden. Besonders herzuheben sind aber drei sogenannte Bauerndome, besonders reichhaltig ausgestattete Kirchen. Zwei davon befinden sich in den Ortsteilen Lüdingwort und Altenbruch, die dritte ist die Sankt-Sivere-Kirche im etwa 17 Kilometer entfernten Otterndorf. Der Begriff Bauerndome leitet sich im Hadelner Land davon ab, dass diese Kirchenbauten von den ehemals umliegenden, reichen Bauern errichtet und finanziert wurden. Schlösser Mini-Pipe-Symbol Hochkant-Pipe-Symbol Schloss Ritzebüttel Bauwerke Die war früher ein wichtiges Seezeichen. Sie bildet die seewertige Begrenzung der Elbe, also das Ende der Binnenelben nach dem Bundeswasserstraßengesetz. Heute ist sie ausschließlich Touristenattraktion, da das Seezeichen seine nautische Bedeutung verloren hat. Die Bezeichnung ist irreführend, da keine Kugeln, sondern flache kreisförmige Scheiben angebracht sind. Das liegt auf der letzten Landspitze an der Elbmündung hinter dem Seedeich nahe dem namensgebenden Seezeichen der Kugelbarke. Das Fort wurde zwischen 1869 und 1879 an einer strategisch günstigen Position an der Flussmündung errichtet, um mit seinen 14 Küstengeschützen feindlichen Kriegsschiffen die Zufahrt zur Elbe zu versperren. Im Zweiten Weltkrieg diente das Fort als Flaggstellung, nach dem Krieg zeitweise als Notunterkunft für Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Heute kann das etwa 5 Hektar große Gelände mit einem kleinen Museum zur Geschichte der Anlage bei fachkundigen Führungen besichtigt werden. Aus Haftungsgründen, die Teilnehmer müssen einen Haftungsausschluss unterzeichnen, ist der Besuch des Forts nur in geschlossenen Führungen nach Anmeldung möglich. Telefon Der 48 Meter hohe, 1897 erbaute ist ein technisches Denkmal. Er wurde 2004 außer Betrieb genommen, da aufgrund seiner Höhe der Wasserdruck für die neu gebauten höheren Häuser nicht mehr ausreichte. In ihm befinden sich heute Wohnungen, er kann daher nicht besichtigt werden. Parks Landschaft Der liegt im Ort Döse an der Strandstraße. Der Zoo im Kurpark mit über 200 Tieren ist ganzjährig von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Im Kurpark finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Der umschließt das Schloss Ritzebüttel mit kostbarem Baumbestand sowie einigen interessanten, denkmalgeschützten Gebäuden. Küstendünnen, Deichvorland zwischen Salenburg und Spiekerneufeld, mit mehreren Fuß- und Radwegen. Die ist das größte zusammenhängende Heidegebiet auf dem Festland der deutschen Nordseeküste. Dieser unglaublich schöne Landstrich erstreckt sich von Dunnen bis nach Oxstedt im Süden. Weite Bereiche der Kuxhavener Küstenheide mit ihrer wertvollen Tier- und Pflanzenwelt sind Naturschutzgebiete von internationaler Bedeutung. Um das Landschaftsbild zu erhalten, erfolgt eine Beweidung durch Wiesinte, Konigs und Häkrender. Im Naturschutzgebiet finden über 200 gefährdete Tier- und Pflanzenarten eine Lebensgrundlage. Die Heidelandschaft ist wunderschön zum Wandern, Reiten, Radfahren und Fotografieren. Es gibt jede Menge gut aus GE-schilderte Wege. Hier lassen sich hervorragend die lokale Fauna und Flora beobachten. Eine sehr schöne, ausführliche Broschüre informiert über die Küstenheide. Sie kann hier als PDF heruntergeladen oder ist erhältlich bei vielen öffentlichen Stellen in Kuxhaven. Verschiedenes Minipipe-Symbol die Hermine Für Schiffsbauinteressierte ist die des Bildungswerks niedersächsischer Volkshochschulen in der Kapitän-Alexander-Straße 17, Telefon, ein echtes Highlight. Hier arbeitet man an der Restaurierung eines Gaffelschoners in traditioneller Bootsbauweise und bietet jeweils mittwochs um 14 Uhr Führungen an, auch nach Vereinbarung möglich. Der Eintritt ist frei, eine Spende schadet jedoch nicht. Aktivitäten Will man eine Stadtrundfahrt machen, so bietet die Gesellschaft Kuxliner verschiedene Möglichkeiten an. Die Haltestellen sind bei allen touristischen Zielen zu finden. Wattwandern Eine geführte Wattwanderung bei Ebbe ist ein sinnliches Erlebnis. Aber auch ohne Führer lässt es sich im Watt herrlich entspannen, wandern auf dem herrlich weichen Meeresboden, im matschigen Schlick oder im klaren Wasser der Priele. Dabei gibt es im Watt viel zu entdecken. Den aufmerksamen Besucher erwartet eine einzigartige Fauna und Flora, zum Beispiel in Muschelbänken, dichten Seegraswiesen, weichem Schlickwatt, blühenden Salzwiesen und in den weißen Dünen. Auch die vorgelagerte Insel Neuwerk ist durch das Watt zu Fuß erreichbar. Allerdings gelten hierfür besondere, unbedingt zu beachtende Sicherheitsregeln. Details hier. Baden, Cuxhaven glänzt mit einem etwa 3,9 Kilometer langen von der Kugelbarke im Ort Döse bis nach Thunen sowie einem zweiten, etwa 1,1 Kilometer langen im Ort Salenburg. Für FKK-Freunde gibt es einen offiziellen FKK-Strand. Baden ist immer eine Stunde vor und eine Stunde nach Hochwasser möglich. Die aktuellen Hoch- und Niedrigwasserzeiten sind an den Stränden auf Infotafeln erkenntlich, ebenso auf einer Internetseite der Touristinformation. Zusätzlich bieten sich Grünstrände an in der und im. Gerade hier an den Grünstränden ist das Erlebnis ein anderes. Auf dem Rasen lassen sich Bollerwagen leichter bewegen. Nichts knirscht zwischen den Zähnen oder sandet in den Augen. Schafe weiden in der Nähe auf dem Deich und man kann dicht vorbeiziehenden Containerschiffen und Kreuzfahrtriesen hinterher träumen. An den beiden Grünstränden gibt es sogenannte Bojenbäder. Das sind durch Bojen abgesteckte Schwimmbereiche, die von einem Bademeister beaufsichtigt werden. Schwimmen Natürlich kann man an den vorgeahnten Sand- und Grünstränden auch schwimmen, vorausgesetzt das Wasser ist da. Das ist aber bedingt durch Ebbe und Flut nicht immer der Fall. Unabhängig von den Gezeiten kann man schwimmen im Fahrradfahren Die Stadt und das Umland sind ideal geeignet für ausgiebige Radtouren. Das Radwegenetz ist enorm abwechslungsreich. Außerdem drohen weit und breit keine Berge. Wer sein eigenes Rad nicht dabei hat, kann sich an vielen Stellen ein Rad an den zahlreichen Rad- und E-Bike-Verleihstationen leihen. Eine umfangreiche Übersicht bietet eine Internetseite der Touristinfo. Wandern und Walken Die Landschaft und das Klima bieten sich an für fantastische und abwechslungsreiche Wanderungen. Für alle Touren stehen bei der Touristinformation auch verschiedene Führer zur Verfügung. Eine Übersicht bietet eine Internetseite. Veranstaltungen Seit 2007 findet jährlich am letzten März oder 1. April Wochenende der Sparkassen City Marathon statt. Start und Ziel sind auf dem Kämmererplatz. Neben der Marathondistanz stehen ein Halbmarathon und ein 10 km Lauf auf dem Programm. Für den Laufnachwuchs wird ein Kinderlauf angeboten. Zum Saisonauftakt ist auch Hafenfest. Einige Schiffe können dann kostenlos besichtigt werden. Es gibt mit den Beach-Turnieren, Beachvolleyball, Beachhandball, Beachbasketball, dem Drachenfesten Altenbruch im Sommer viele attraktive Großereignisse. Duna Watt Rennen In Dunen findet seit über 100 Jahren regelmäßig an einem Sonntag bei Niedrigwasser jeweils im Sommer, Juli August, ein Pferderennen auf dem Watt mit 30.000 bis 40.000 Zuschauern statt. Die Rennen werden von einem bunten Veranstaltungsprogramm begleitet. Die kleine katholische Gemeinde beteiligt bei vielen Veranstaltungen auch Menschen mit Migrationshintergrund, aus Portugal, Spanien, Vietnam, die so ein besonderes Flair erhalten. Bekannt ist auch die Frohnleichnamsprozession in Döse. Einkaufen Die ist die wichtigste Einkaufszone in Cuxhaven. Sie ist eher für die einheimische Bevölkerung vorgesehen und ist daher nicht besonders touristisch geprägt. Folglich bewegen sich die Preise auch im normalen Bereich. Sie hat sich aber inzwischen bei vielen Gästen als Geheimtipp etabliert. Am Gibt es mehrere Fischläden und Fabrikverkaufsstellen, Süßwaren, Fleisch, Tiernahrung. In einem der Fischläden werden auch Tee und Wein angeboten. Den Tee kann man natürlich nicht riechen, wegen des Fischgeruchs. Verbrauchergroßmarkt beim Fischereihafen, Real, weitere Discounter und Supermärkte, auch in einigen Stadtteilen an der Peripherie. Küche da ist inzwischen ein kulinarischer Treffpunkt. Hier findet man vom Seemannsfrühstück für 5 bis 6 Euro bis hin zu auserlesenen Meeresfrüchten etwas für jeden Gaumen und jeden Geldbeutel. Dazu kommt der Charme der alten Backsteingebäude. Zu den kulinarischen Spezialitäten gehören die Nordseekrabben, die zunächst gepolt werden müssen. Man kann sie aber auch schon gepolt kaufen, sowie verschiedene Fischarten, die in der Nordsee gefischt werden und sowohl frisch als auch geräuchert in den Handel kommen. Eine hervorragende Imbissmöglichkeit sind die beiden Fischbuden an der Klappbrücke im Hafenbereich sowie am Fährhafen, gleicher Betreiber, köstliche Fischbrötchen und diverse andere Snacks, in den Wintermonaten geschlossen bzw. abgebaut. Günstig Das Melkhus ist ein SB-Milch-Embiss in Arendsch auf dem Bio-Landhof Fischer in Arendsch. Hier gibt es leckere Milchcheks und andere Spezialitäten aus Bio-Milch. Er ist in der Sommersaison täglich, außer dienstags, geöffnet. Mittelminipipe-Symbol Das Fischrestaurant, Nähehafen Vegetarisch trotz der eher maritimen Küche verfügt Cuxhaven mittlerweile über mehrere Restaurants, die für Veganer und Vegetarier geeignete Gerichte anbieten. Nachtleben Das nicht sehr ausufernde Nachtleben in Cuxhaven spielt sich zum einen im touristisch geprägten Stadtteil Dunen als auch im Zentrum ab. Man beachte die letzten Busverbindungen um ca. 22 Uhr. Ansonsten ist es sehr günstig, mit den diversen Taxi-Anbietern zu fahren. Camping- und Wohnmobil-Stellplätze Wer Camping und Caravaning bevorzugt, ist in Cuxhaven richtig. Entlang der Küste gibt es ausgesprochen viele zum Teil recht interessante Möglichkeiten. Nahezu alle Campingplätze haben auch für Wohnmobile speziell eingerichtete Stellplätze. Diverse Class gleich Torkulur MW Clapsible MW Claps größer als Stellplätze und Campingplätze in Cuxhaven. Diverse Class gleich MW Clapsible Content größer als Stellplätze. Campingplätze Ferienwohnungen Robbenplatte Dunen Dünnenweg 31 bis 33,27476 Cuxhaven, Tell, 04723, 499150, Mailto, Info at Cux-Traum.de, Mai. Ferienwohnung in Cuxhaven-Dunen für maximal 4 Personen, nur 100 Meter bis zum Strand. Ferienwohnung Hohelit 3.23, Cuxhavener Straße 23, 27.476 Cuxhaven-Dunen. Telefonnummer 0157 865 18912 Residenz Meeresbrandung, Ferienwohnungen mit Meerblick. Duner Strandstraße 31 bis 33, 27.476 Cuxhaven-Dunen. Telefonnummer 04723, 499150, Mailto, Info at Cux-Traum.de, E-Mail. Ferienwohnungen in Cuxhaven-Ferienwohnungen in Cuxhaven-Ferienwohnungen für Singles, Barer und Familien in Cuxhaven. Alex Kirchhofer 11, 27.478 Cuxhaven. Telefonnummer 04723, 499150, Mailto, Info at Cux-Traum.de, E-Mail. Strandnahe Luxus-Ferienwohnung mit Wellnessbereich in Dunen für maximal 6 Personen. Ferienwohnung Hohelit 3.28, Cuxhavener Straße 23, 27.476 Cuxhaven-Dunen. Telefonnummer 0157 865 1891. Hochwertige Ferienwohnungen in Dunen mit Meerblick. Werbergsweg 32, 27.476 Cuxhaven-Dunen. Telefonnummer 04723, 499150, Mailto, Info at Ferienwohnung-Dunen.de, E-Mail. Ferienwohnungen im Strandpalais-Dunen mit Doppmeerblick. Werbergsweg 32, 27.476 Cuxhaven-Dunen. Telefonnummer 04723, 499150, Mailto, Info at Ferienwohnung-Dunen.de, E-Mail. Ferienwohnungen in der Residenz Windjammer. Dünenweg 6, 27.476 Cuxhaven-Dunen. Telefonnummer 04723, 499150, Mailto, Info at Ferienwohnung-Dunen.de, E-Mail. Gesundheit Die Stadt Cuxhaven verfügt über eine gute medizinische Basisversorgung. Cuxhaven stellt kostenlose Toilettenanlagen zur Verfügung und hält diese sauber. Apotheken Mit insgesamt zwölf Apotheken ist Cuxhaven gut versorgt. Dadurch ist auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten eine Apotheke im Notdienst in der Stadt erreichbar. Ärzte in Cuxhaven gibt es zahlreiche Fachärzte der verschiedenen Disziplinen, sowie Physiotherapie und Krankengymnastikeinrichtungen ergänzen die Versorgung. Praktische Hinweise Cuxhaven als staatlich anerkanntes Nordsee-Halbert erhebt für den Bau, die Instandhaltung und den Betrieb von Tourismuseinrichtungen und Serviceleistungen einen Gästebeitrag, bisher, Kurbeitrag. Der Gästebeitrag wird durch die Unterkunftgeber eingezogen. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind vom Gästebeitrag befreit. Tagesgäste entrichten einen Strandeintritt beim Zugang an den Strand bei den Gästebetreuern. Die Höhe des Gästebeitrags ist gestaffelt nach Kurzwonnen und von der Saison abhängig. Die Stadtteile Döse 1 schließlich Grimashörn bis zur Bernhardstraße, Dunen und Saalenburg gehören zur Kurzwonn 1 während die übrigen Stadtteile, Altenbruch, Bärenscharensch, Cuxhaven-Innenstadt, Altenwalde, Holtespangen, Lüdingwort, Ochsstedt und Stickenbüttel, zur Kurzwonn 2 gehören. Im Jahr 2021 gelten folgende Gästebeitragssätze pro Übernachtung und Person. Kurzwonn 1, Saison A, Euro 2,90-Üb, Saisons B, Euro 1,90-Üb. Kurzwonn 2, Saison A, Euro 1,70-Üb, Saisons B, Euro 1,20-Üb. Details hier tourismus.cuxhaven.de Die Cux Tourismus GmbH verfügt über mehrere Informationsbüros in Cuxhaven und deren Stadtteilen sowie im Bürgerbahnhof. In einem Stadtplan für Menschen mit Behinderungen sind viele spezielle Informationen enthalten. Dieser Stadtplan steht hier zum Download zur Verfügung. Auf der Rückseite des Stadtplanes sind weitere hilfreiche Informationen aufgeführt. Der Stadtplan wird kostenlos verteilt und liegt an verschiedenen Stellen in der Stadt Cuxhaven aus, und andere im Bürgerbüro und an der Information der Stadt Cuxhaven, in den Verwaltungsstellen der Stadt Cuxhaven, der Stadtbibliothek, im Kubi, der Tourismus GmbH und dem Kappmarkt. In einem Stadtplan für Menschen mit Behinderungen sind viele spezielle Informationen enthalten. Dieser Stadtplan steht hier zum Download zur Verfügung. Auf der Rückseite des Stadtplanes sind weitere hilfreiche Informationen aufgeführt. Der Stadtplan wird kostenlos verteilt und liegt an verschiedenen Stellen in der Stadt Cuxhaven aus, und andere im Bürgerbüro und an der Information der Stadt Cuxhaven, in den Verwaltungsstellen der Stadt Cuxhaven, der Stadtbibliothek, im Kubi, der Tourismus GmbH und dem Kappmarkt. In einem Stadtplan für Menschen mit Behinderungen sind viele spezielle Informationen enthalten. Dieser Stadtplan steht hier zum Download zur Verfügung. Auf der Rückseite des Stadtplanes sind weitere hilfreiche Informationen aufgeführt. Der Stadtplan wird kostenlos verteilt und liegt an verschiedenen Stellen in der Stadt Cuxhaven aus, und andere im Bürgerbüro und an der Information der Stadt Cuxhaven, in den Verwaltungsstellen der Stadt Cuxhaven, der Stadtbibliothek, im Kubi, der Tourismus GmbH und dem Kappmarkt. In einem Stadtplan für Menschen mit Behinderungen sind viele spezielle Informationen enthalten. Dieser Stadtplan steht hier zum Download zur Verfügung. Auf der Rückseite des Stadtplanes sind weitere hilfreiche Informationen aufgeführt. Der Stadtplan Pressezeitungen die informieren täglich, auch online, aus und über Cuxhaven und die Region. Der Cuxhaven-Kurier erscheint jeweils am Mittwoch und Sonntag. Ausflüge weiter ins Landesinnere finden sich eine ganze Reihe Reiterhöfe mit günstigen Angeboten. Weser und Elbaufwärts bieten sich kleine, verschlafene Orte wie Neufeldspika als Ausflugsziel an. Beim Fliegerhorst Nordholz lohnt das Aeronautikum ebenfalls einen Besuch. Der Nachbarort Otterndorf ist für sehr gute Ausstellungen von einer Gruppe von Kunstfreunden bekannt. Otterndorf ist sehr schön per Rad über den Elberadweg zu erreichen. Daneben sollen aber auch die Klassiker wie Wattwagenfahrt nach Nicht-in-Vergessenheit geraten. Neuwerk ist bei Niedrigwasser auch fußläufig erreichbar. Als Rückfahrt kommt eigentlich nur die Personenfahre Flipper in Frage. Diese Rückfahrt muss vorgebucht werden. Natürlich ist dieser Ausflug auch in umgekehrter Reihenfolge möglich. Schifffahrt nach Neuwerk mit der Flipper Die Abfahrt erfolgt vom an der Innenkante des Anlegers Alte Liebe in Cuxhaven und dauert ca. 1,5 h. Weitere Informationen, auch zu anderen Fahrten, bei der Reederei Kasseneis. Seit 2015 verkehrt ganzjährig ein neues, hochmodernes Seebäderschiff mit LNG-Antrieb zwischen dem und. Die Überfahrt mit Kreuzfahrtcharakter dauert ca. 2,5 Stunden. Der Aufenthalt auf Helgoland beträgt etwa 3,5 Stunden. Schifffahrt nach Helgoland mit dem Katamaran-Hallunderjet, siehe auch Anreise, Fahrzeit etwa 75 Minuten. Im Tagesausflug ist eine Aufenthaltszeit von etwa 3,75 Stunden auf Helgoland möglich. Mit der Bahn ist man in etwa 45 Minuten in Bremerhaven, in 1,75 Stunden in Hamburg. Zwischen 22.07 Uhr und 4.48 Uhr gibt es keine Bahnverbindung aus Hamburg Hauptbahnhof nach Cuxhaven. An Wochenenden fährt die letzte Bahn eine Stunde später, ist mit der Fähre ab Fähranleger Elbferry Cuxhaven in einer 60-minütigen Fährfahrt zu erreichen. Der Weg vom Fähranleger in Brunsbüttel zu den etwa 4,5 km entfernten sehenswerten Schleusenlagen führt direkt auf dem Deich entlang und bietet eine hervorragende Sicht auf die in den Nord-Ostsee-Kanal ein- und ausfahrenden Schiffe. Durch den 3-Stunden-Takt der Fähre kann sich man in aller Ruhe dort umsehen, gegebenenfalls eine Schleusenführung unternehmen, man ist recht flexibel in der Planung. Mit dem Ausflugsschiff Flipper nach Brunsbüttel mit zweimal Eigerdurchfahrt durch die Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals. Ab April 2021 fährt jeweils sonnabends und sonntags um 9.15 Uhr ab Cuxhaven der Katamaran-Adler-Cat in 2h15 Minuten nach Hörnum auf Sylt und bietet für einen Tage Ausflug fünf eine halbe Stunden Aufenthalt. Auch besteht dort die Möglichkeit der Weiterfahrt nach Amrum und Hallighoge. Küstenheiden, großer renaturierter Truppenübungsplatz. Heidelandschaft mit angesiedelten Wildfördin, Heckrindern und Wiesenten.